Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WIGBERG, der Immerspiel-Bot. Der freiwillige Feuerwehr WIGBERG, wir sind wieder dabei um 18 Uhr. Und ja, warten wir mal auf den ersten Einsatz, würde ich mal so sagen, oder was sagt ihr dazu? Ach ja, ach ja, aha, hui, 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 hui. Hier leistet das Einsatz für Funkalarm. Ausgelöste Brandmeldeanlage, sehr geil. Diddly-dum, diddly-dum. Ja. Das ist unser erster Typ. Da ist noch unser zweiter Typ. Ja, danke für die Info. War ein bisschen laut. Ich habe vergessen, das Spiel leiser zu machen. Scheiße. Egal, stört ja eh keinen. Geil, Kirchenkarte, wer einstört. Ein Neues für Sie, Sie fahren Richtung WIGBERG, nie. Ja gut. Ich mache mal kurz, ich mache mal kurz ein Biesel-Leiser, ein klitzekleines Biesel-Leiser. Ich glaube, das macht... Weil irgendwie speichert er die Einstellung nicht. Egal, wie ich das Woche im Original spiele oder hier. Speichert er einfach nicht. So. Hau auf, so ist HLF. Hau auf, so ist das... Ist das ein HLF, ne? Ja, HLF. Stimmt, das schwere Speizier drauf, also ist das ein HLF. Obwohl, es könnte auch ein LF-Sonder sein oder wie auch immer. Oder was auch immer. Oder ist auch ein LF auch ein... Eigentlich nicht, oder? So, dann einmal bitte Status 3 gedrückt. Blaulicht ein bisschen anmachen. So, du. Du, steht da noch eine. Da stehen sogar noch zwei. Sind wir schon mal vier. Wie viele fehlen da noch? Fünf. Passt, perfekt. Eins, zwei, drei. Vier. So, ruf da. Da kommt noch einer. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Vier, den können wir gleich... Ja, komm. Dann besetze ich die Drehleiter noch. Und das LF. Status 3. Machen wir ein bisschen Blaulicht an, du. Mach du auch mal ein bisschen Blaulicht an. Drehleiter besetzt. LF besetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Passt perfekt, du. Passt perfekt. Ruf auf der Drehleiter. Du ruf aufs LF. Ihr zwei ruf aufs LF. Und ihr zwei auch noch ruf aufs LF. Obwohl, warte mal. Hallo? Drei, vier, fünf. Einer passt noch darauf, dann fährst du da mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, stopp, stopp. Scheiße, steig bitte wieder aus. Tut mir ja leid, dass ich das sagen muss, aber Verdreler, der ist gerade meist eine. Scheiße. So. Habe ich noch einen irgendwo? So, dann soll er wieder verlaufen. Ab und zu hatte ich das mal, dass hier oben einer gestanden hat, aber nö. Hallo? Jetzt neun, zwei, sechs. Und ausrücken. Schade, kein für den ELW. Egal. Und Karte wechseln. So, Karte gewechselt, dude. Wir wechseln die Karte. Ach ja. So, komm. Komm, hier. Karte, Map, Mappe. Wird bestimmt da sein. Hoffentlich brennt nix. Mal gucken. Mal gucken. Hm, 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 hm. Na los, komm schon. Na, komm schon. Ah, sehr schön. Komm, Wegberg 11, 1120 aus, 1 zu 5. Ah, hier. Brandmeldeanlage. Ist aber nix. Verstanden. Ist aber nix, würde ich sagen. Das ist ein Fehlalarm, könnte ich mal behaupten. Wegberg 11, DLK 23 aus, 0 zu 2. Ja, das sieht nach Fehlalarm aus. Aber auf dieser Map war ich, glaube ich, noch gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Den Einsatz hatte ich, glaube ich, noch nicht. Kaum nehme ich mit euch auf, kriege ich neue Einsätze. Finde ich gut. Habe ich noch nie gesehen, den Einsatz hier. Das ist aber schön für den TSF. Wie? Ach, wo bleibt ihr denn, meine lieben Freunde? So, wie stelle ich mich auf? Am besten wäre ja, die stehen natürlich genau... Press. Ich kann da gar nix pressen. Jaja, Videokamera. Ausgelöste Brandmeldeanlage. Ist aber nix. So, von wo kommen sie denn? Von hier? Ach ja, ach ja, ach ja. Ich kann euch sagen, der 28. April rückt immer näher. Und ich freue mich schon so dermaßen drauf. Und momentan läuft ja auch Firewatch. Ein sehr, sehr, sehr geniales Spiel, wie ich finde. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn ihr verpasst sonst wirklich was. Mir macht es extrem viel Spaß. Und vielleicht macht es euch beim Zugucken auch Spaß. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das... ...mich mal angucken würdet. So. Status 4. Status 4. Status 4. So. Absitzen. 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 So. Trupp und der PA ins Gebäude vor. Ja, okay. Hier brennt nix, würde ich sagen, oder? Nö. Hier brennt nix. Aber ich kontrolliere trotzdem mal nach. Ja, da brennt nix. Gut. Du bitte einmal. Hallo? Achso, die können wir ja gar nicht zurücksetzen. Stimmt. So, alle Mann wieder aufsetzen. Wir rücken sofort wieder ab. So, alle Mann wieder aufsetzen. Alle Mann wieder aufsetzen. Gib mal Rückmeldung. Erste Lagemeldung. Feuer. BMA. BMA. Keine Feststellung. BMA ausgelöst. Keine Raubanschläge zu erkennen. Vermachtlich technischer Effekt. Weitere Erkundungen laufen. Kommen. Oh, weitere Erkundungen. Verstanden. Ach, das TLF ist ja noch gar nicht da, ne? Hier gleich steht Chris Heinsberg an alle Eigensitz und Kräfte. Fehlalarm, die können Erlöser abbrechen. Ja, Blaulicht wäre nicht schlecht, ne, du? Aber ne, die hat einen Einsatzabbruch, ne? Ja, die hat einen Einsatzabbruch, ne? Status 4. Status 4. Status 4. So, ihr habt weiter Erkundet, blabliblob. Hallo? Habt ihr tastet gedrückt, halt genau. So, einmal Status 5, bitte. Status 5. Weitere Lagemeldung? Brandmeldeanlage... Äh, Brandmeldeanlage Feuer. Oh, du bringst mich grad total aus dem Konzept, Mann. Raus. Ich nehme gerade auf. Ja, das stimmt. Komm, geh bitte jetzt. Da war meine Schwester grad im Zimmer drin, ja. So, Einsatzabschlussmeldung. Mh, Brandmeldeanlage Feuer. ... ... Einsatzstelle Brandmeldeanlage. DMA hat ausgelöst. Nach weiteren Erkundungen erneut keine Feststellung. Technischer Defekt der Anlage. Anlage wird zurückgesetzt. Feuer wird einkommen. Hier läuft ihr das Handsberg verstanden. Parken, 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 parken. Das sind ja so Einsätze, die Feuerwehrleute an sich müssten sie, äh, müssten wir uns darüber freuen, aber an sich, das ist einfach bloß, bäh, das ist Dreck. Natürlich ist es schön, dass nichts passiert ist, aber... ... das ist natürlich doof für uns, dass wir da hin müssen, ne. So. Gut. Das war die Folge für diese Woche. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.